Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 3. Oktober 2017 und ihr hört euch die Geek Talk Daily 216 an. Auch heute vertrete ich den Achim noch und dann habe ich Wochenende. Also, ja eben, zumindest für mich. Heute habe ich die folgenden Themen für euch mit dabei. Bei Cyber-Attacken, Made for Google, Nintendo, Dashcam, selbstfahrende Boote, Apple Watch und AirPods, iPhone 8 Plus, Darwin, FBI Hack und A11. Ist es, glaube ich, zumindest. Beginnen wir doch mit Cyber-Attacken. Diese mieren sich. Xbox Live oder Playstation Networks, die gekappert werden. Irgendwelche sonstige Dienste, die irgendwie übernommen werden, fremdbesteuert und so weiter. Da gibt es ja Möglichkeiten wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und oder auch das ist gewissen Leuten schon nicht sicher genug. Genauso Google nicht, denn die arbeiten aktuell unter dem Namen Advanced Protection Program an einem neuen System. Ein gebündeltes System von mehreren Sicherheitsfunktionen. Was dabei genau rausfliegen wird, werden wir ziemlich sicher irgendwann nächstes Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt und hoffe da natürlich, dass man da fleissig was Neues findet, was dann auch wir alle nutzen können. Gehen wir gleich weiter mit Made for Apple. Also MFI. Made for Google, besser gesagt. Denn nicht nur Apple hat sein eigenes Zertifizierungssystem für Zubehör und ähnliches, sondern auch Google. Google anscheinend, wie gestern schon gesagt, morgen am 4. ist es ja soweit oder besser gesagt heute am 4. ist es soweit. Google wird neue Geräte vorstellen und wahrscheinlich laut Gerüchten, immer wieder diese Gerüchte, sollen eben auch ein Zertifizierungsprogramm für Zubehör dazukommen. Ist bei Apple nichts Doofes, außer dass es den Preis ein bisschen hoch treibt. Aber das könnte natürlich auch Google nicht schaden, was das anbelangt. Dann gehen wir weiter zu Nintendo und denen könnte auch nichts schaden, wenn sie mal ein bisschen entspannter werden würden. Denn ja, schon seit längerem ist Nintendo mit den YouTubern, also den Livestreamern von Gaming, also den Spielen aus dem Hause Nintendo, nicht wirklich ganz freundlich gesonnen. Denn die möchten Geld sehen und oder haben Angst, dass ihnen Geld geht etc. Und ja, jetzt wurde die Spielregel noch enger gedreht. Heißt, wer beim Nintendo Creators Programm mitmacht, also wenn man die Spiele schon vorab bekommt etc. Dann darf man nicht Livestreamen und Geld verdienen. Wenn man das trotzdem tut, dann liest man doch bitte den Link in den Shownotes bei daily.geektalk.ca zu der heutigen Folge. Denn da ist das Ganze ein bisschen beschrieben, zumindest mal angerissen. Ja, das deutsche Gericht hat beschlossen, dass Dashcams eine doofe Geschichte sind und ihr die nicht gebrauchen könnt. Zumindest nicht, wenn ihr vor Gericht gehen müsst und wollt das ja quasi beweisen, dass ihr nicht schuld seid. Denn laut dem Landamtsgericht München ist das jetzt so, dass eben ein Videobeweis, im konkreten Fall ging es um ein geparktes Auto, dessen Kameras die ganze Zeit liefen. Und deshalb konnte man sehen, wer das den Schaden verursacht hat. Dass das nicht gegeben sein soll, darf, denn es dürfen die Personen in einem Land nicht permanent überwacht werden. Hat dem Richter schon mal einer erzählt, dass es überall ganz viele Überwachungskameras und so gibt. Ja, andere Geschichte. Schade, wir selber haben ja auch jeweils eine Dashcam vorne und hinten und ich würde auch nicht mehr wirklich ohne fahren wollen. Auch, ja, obwohl ich die Lage in der Schweiz nicht kenne, aber dennoch, ich habe ein besseres Gefühl damit. In Amsterdam hat man mal 25 Millionen Euro in den Topf geschmissen, so einen Forschungsgelder Topf, mit dem man selbstfahrende Boote erforschen und, ja, auskundschaften möchte. Und das ist nun geschehen. Aktuell ist man das Ganze ein bisschen anzugehen. In fünf Jahren soll es soweit sein. Dann soll das fertige Boot soweit sein und durch die ganzen Kanäle, die Amsterdam so bietet, Kurven. Gesteuert durch den 3D-Scanner für die Orientierung und so weiter. Wird spannend da zu sehen, wann es erste Kollisionen gibt und oder eben auch nicht. Mal schauen, was dann später dann noch für Boote nachkommen, die nicht nur in Kanälen rumdüsen. Smart Living ist sowieso ganz eine interessante Geschichte oder smartes Leben, besser gesagt. Eine starke Nachfrage gibt es bei Apple drüben. Denn die Apple Watches werden, also die Produktion der Apple Watches wird angedreht, genauso bei den Airpods. Man hat ja bemerken dürfen in der letzten Zeit, dass die Wartedauer deutlich runtergegangen ist. Von den sechs, acht Wochen runter bis auf eins, zwei, drei Tage. Ich habe meine damals vor zwei Wochen, mittlerweile zweieinhalb Wochen, einfach im Apple Store in Basel gekauft, als ich reinspaziert bin. Die hatten da welche und ich war natürlich glücklich darüber. Denn wenn ich die dann nicht direkt bekommen hätte, ich hätte sie dennoch nicht bestellt. Ich will das Zeugs gleich haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das iPhone wurde ja schon in einem Fotokontest unterzogen, oder besser gesagt, ein Test von DxOMark. Die haben das iPhone als die beste, das iPhone 8 Plus besser gesagt, als das beste Smartphone, als die beste Smartphone von Kamera gekürt. Mein Gott, reden ist manchmal schwierig. Nun wurde das Ganze auch noch weiter getestet, und zwar von CNET. Die haben neben dem iPhone 8 Plus das Samsung Galaxy Note 8, also das Flaggschiff, das große aus dem Hause Samsung, genommen und haben mal deren beiden Videoqualitäten auseinandergenommen. Es gab ein paar Punkte, da hat das Note gewonnen, aber im grossen Ganzen ist das iPhone deutlich vorne. Vor allem, man hat in den Shownotes einen Link drin mit ein paar Beispielbildern. Beispielbildern, die sind dann doch deutlich anders, schaut doch deutlich anders aus. Wenn wir gerade beim iPhone sind, da werkelt ja ein Linux-Betriebssystem drauf. Genauer gesagt, nennt sich der Kernel, der darunter werkelt, Darwin. Und seit zwei, drei Jahren gibt Apple ja den Kernel vom MacOS frei, also eben den Darwin-Kernel quasi. Und jetzt neu tun sie das auch in der ARM-Version. Wer Lust hat und auch draus kommt, kann sich das Ganze mal auf GitHub ein bisschen genauer anschauen. Viel Spaß damit. Das FBI wurde von mehreren Medien auf erzwungen, gezwungen oder wollten gezwungen werden, die Daten rauszugeben. Zum einen, wie viel das gekostet hat und zum anderen, wie es gemacht wurde. Die Rede ist vom gehackten iPhone damals, San Bernardino, ihr mögt euch vielleicht noch erinnern. Das Gericht oder die amerikanische Bundespolizei hat vor Gericht recht bekommen, sie müssen das nicht rausgeben. Unter anderem natürlich wegen nationaler Sicherheit, wie man dem so schön sagt. Dann gehen wir gleich im Bereich Prozessor weiter, was wir vorher ja hatten. Die mobilen ARM-Prozessoren könnten bald schon, und das Gerücht gibt es ja schon seit vielen Jahren, auch in MacBooks drin schlagen. Denn wenn man das neue iPad Pro mal mit einem MacBook vergleicht, das hat richtig, richtig Power. Und ja, anscheinend, zumindest eben nach diesem Kernel, der da freigegeben wurde, schaut es so aus, als gehen die Arbeiten wirklich in diese Richtung. Na dann, ich werde warten. Ich habe ja ein relativ aktuelles, das zweitneueste MacBook, das drittneueste, eben in Jahren gerechnet. Das hebt noch ein Weilchen, bis dann die ARM-Dinger kommen. Das war es jetzt auch an Themen, die ich für euch bereit hatte. Für mich ist die Woche durch. Jetzt wird der Achim wieder übernehmen, sprich morgen am Mittwoch ist der Achim für euch da. Ich wünsche euch mit ihm viel Spass und wir hören uns dann bald auch wieder. Und wenn es langweilig wird im geektalk.ch, dem Mutter-Podcast, haben wir ja noch das eine oder andere für euch bereit. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Habt einen schönen Tag, seid erfolgreich und lasst von euch hören. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.